Umgeswitcht, wir spielen jetzt Schlag den Star, der dritte, weil die Bilder nicht aufgetaucht ist, von BitComposer Interactive. Wenn das was für jemanden ist, hier im Chat, einfach eine Nachricht schicken, kriegen wir das vielleicht irgendwie gebacken, ne? Oder auch gegen unbekannte Spieler, die irgendwo auf der Welt sitzen. Quack, liebe ich, du darfst. Online-Multiplayer gibt alles bei den herausfordernden Action-Spielen wie Ballerburg, Bullenreiten, Höherwerwerfen, Karussellball, Zickzack, Schieben und Werfen, Schmirgeln, Skiball, Hufeisenwerfen, Speeddarts, Tomahawk, Torwand, sowie Türen. Zeigt euer Wissen bei Blamieren oder Kassieren, Entweder-Oder, Filmzitate, Käsekästchen, Kinofilme, Memory-Duell, Schätzrechnen, Sortieren, Wer lügt, Wer war mal, Wörter finden und Sachen treffen. Mit Schlag den Star, das dritte Spiel, könnt ihr jetzt auf eure eigene Show zusammenstellen. So, ihr Zippelklatscher. Okay. Wenn du auch auf PC spielst, hast du eine Cross-Progression, also kannst du den Save von Xbox nutzen, aber du musst wahrscheinlich mit deinem Xbox linken. Oh, okay. Also er sagt gerade, dass Cross-Free bezieht es darauf, dass du mit der Playstation und dem PC spielen kannst und du hast auch die Möglichkeit, den Save mit rüber zu ziehen. Oh, okay. Das ist, wie ich es verstehe. Okay. Und das ist, wie ich es verstehe. Also sollte es gut sein. Ja, siehst du, zack, Kajat ist gedrückt. Haha, es war mir so klar. Ich sage willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schlag den Star. Ich kann sehen, wie motiviert unsere Kotterer jetzt schon sind. Online spielen. Spiel erstellen. Name. Name. Oh. Name. Space. , Name. Name. Okay, Rallyspace, the password is 6969. How do I remove that? How do I remove that? Gibt's eigentlich einen Stefan? Ja doch, der Bot heißt Stefan. Wie komme ich denn da rüber? Ah, so. Hallo Leute! Okay. Hallo Leute! Hallo Leute! Kannst du uns finden, Wolfi? Ja. 6969. Hallo! Hallo! Hallöchen! Hallo! Mein Trader! Na, wie geht's? Hallo! Okay. Hallo! Grüß euch alle! Ähm. Ja. Hallo! Wer will mitspielen? Finger hoch! Wer jetzt schnell ist, schnappt ein Sonderangebot! Will jemand mitspielen von euch, Sibyl Klatschein? Guck dir mal zu! Hallo! 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 Hallo und guten Abend! Hallo! Ja, wähle die Mädchen mit den großen Tits. Das ist immer ein Winner! Natürlich! Wohlfie! 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 Ich nehm den... Ich nehm auch den... Ich nehm auch den... Ich nehm auch den... Ich nehm auch den Mädel, warte. Da. Die Emma. What does Fertig mean? Fertig is ready. Ah. X is ready. Ah, got that. X is ready. But I'm not sure if I'm... If I need to choose the... Ähm... Eine muss ready drücken. Ich glaub der Schweini, ne? Ne. Äh... Wohlfie X. Okay. Okay. Ähm... Kann man das Spiel nicht, äh... Andere Sprache? Nein. Ne, ne, ne. Das gibt's nur in Deutsch. Deswegen helf mir dem Wohlfie ja und ich übersetze ihm die Fragen mit. Ja. Ein Aventure mit Wohlfie. Okay, we can play a show, an own show, a half show, best of three. I would say we, we start easy and do a best of three. Mhm. And there are two main categories. The one is knowledge and the other is action. The one is for getting, you have to answer questions and the other is like quick time events and stuff. Okay. I haven't played the quick time events yet. The action game is like axe throwing and throw a ball into a basket and stuff like that. Oh, look at Wohlfie, nice ass there. I work out. Did you, did you pee in your pants? What's, why are you walking? I get wet around 60 minutes. Jesus Christ, I did shit my pants before I think. Oh, Schweine is optimistic. Look at that. Oh, yeah. Schweine is optimistic. Oh, yeah. Schweine is optimistic. Schieben und werfen. Schieben und werfen. Okay, this is, um, for the first button action, you push the basket and with the second button action, you have to throw the ball in a small area into the moving basket and then only then counts. With A, if you push the left stick to the right, you see with A, you choose how, how, um, hard you push the basket away and then with the left stick you aim and throw the ball with A into the basket. All right. You will laugh in a bit a lot because at the beginning it's very confusing. You need to, the ball need to land in the basket while it's in that zone. If the ball goes into the basket before or after the zone, it won't count. Okay. Okay. A, so. Ach so. A, so, warte. Warte noch nicht. Warte noch nicht, Schweine, ne? Warte, ich muss das erstes? Nee, Wolfie, Wolfie. Wolfie fängt an. Oh, es ist mir Too early, too early, the basket wasn't in the zone, it didn't count, the basket needs to be in the zone, team blue, team blue, eat that suckers, Emma, you got this, hast du Zeit, Caro, willst du mitmachen? Oh, it's me. Ah, shit, muss gleich in die Stadt, oh, der Kai, Kai hat, Kai sagt bestimmt gleich, er muss einkaufen, ja. Oh! Ah, mir spinnt ja noch ne Weile, was denn mit der Mallis? Kann die Mallis ja während du einkaufen gehst. Oh, that's good, who was it? That's the AI. Woohoo! Team blue, team blue! No, too slow. Ah, okay, super. Ja, das muss genau in diesem schmalen, in der schmalen Zone, der Schweini, ich und der Wolfi. die, wenn du dich beeilst, kannst du dann mitspielen, Quaggy. die, wenn du dich beeinflusst. Best of three. Ja, alles gut, wir warten auf dich, Quaggy. Uh, verhungert der Korb, du. Oh, 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 oh. ах! Goddammit! Zu fest. Come on, Emma! Ah, nee, Schweini. Ah, verhungert. Der Ball war zu langsam. Du hättest den Kursor. Du kannst den Kursor nicht mehr so machen. Du kannst den Kursor nicht mehr so machen. Du kannst den Kursor nicht mehr so machen. Auf geht's, Emma. Hol uns die Punkte, Baby. Oh Gott. Oh ja. Ja, nice. Wuhu, Team Blue, Team Blue. Nein, nein, nein. Der Kursor war nicht drin. Du hast zu früh geschmissen. Du musst den Kursor ein bisschen fester machen. Come on, Emma. Oh, komm. Alter. Bist du besoffen? Stop drinking, Emma. Jesus Christ. Wuhu, Team Blue, Team Blue. Ja, aber du musst den Kursor dann auch nach hinten bewegen. Diese Runde schieben und werfen. Wenn du geschoben hast, kommt ja Switches um. Und dann kannst du mit dem linken Stick bewegen deinen Kursor. Vor, hinter, links, rechts. Und je fester du ihn schiebst, umso weiter hinter musst du deinen Kursor bewegen. Oh, okay. Nächste Runde schieben und werfen. Go, Wolfi. Go, Wolfi. Go, Wolfi. Yes. Ah, too early. Nee, Cobb. Cobb warst nicht in. Zeitlupe. Videobeweis. Er ist der Maker. BAM! Team Blue. Oh, ja, das ist der Keeper. Ah, zu früh. Ah, der hat zu früh geworfen. So. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Throw a piece of bread behind it. Ah, zu weit. Der Mann, der ist so gut gerollt. Arnie, you can do it. Kommt da rein, Landels. Mühle in dem Korb. Auf geht's Emma, bring the baby home. Ach, nein. Wie schlecht, ey. Nice. Nice, bro. Hast du auch geschieben? Ich geb dir gleich, hast du auch geschieben. Oh, no. Bring the baby home, Emma. Ja, that's a keeper. Oh, nein. Wo zieht die denn hin? Alter. Habe ich zu spät geworfen? Also, zu late. Ja. Okay. The next point will win that round three. Video Assistant. Team Blue, Team Blue. The winner takes it all. Schweini hat noch nicht so richtig ins Spiel gefunden, sagt der Rundring-Rudgart. Schweini, kein Gilder. Let's go, Emma. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ach, alter. Wo zieht die denn hin? Alter. Meine Güte. Wer war denn das? Wer war denn das? Wolfie oder was? Nice. Oh. No, no point. Oh. What? What? It didn't give the point. Ach, komm! Der Baller wird dir nicht fahren. No, ah. Zu viel zu leicht, Schweini. Ich bin ja nicht so optimistisch. Was erlaube, Schweini? Wuhu! Team Blue! Team Blue! Oh, no. Oh, too slow. Way too slow. Ah, shit. Leider kein Fetter. Oh, shit. Wenn der Sportmann ist, dann wird er das Leben werfen. Ah, nein! Ah, ja, es war zu fast. Der Basket war aus der Region. Als erst du ein kleines Stück... Das war zu fast. Das war Schweini, ich bin ziemlich sicher. Ja, es ist alles über wie... Wuhu! Komm her, immer, lass dich drücken! Du Luder! Hahaha! 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 Oh, Mann! Schön! Einfach dominiert, du! Ah, nee, das war ja erst das erste Spiel, oder? Best of Three, yeah, that was... Let's see what we get. Ich weiß nicht, das Spiel kann schon alles entscheiden. Los geht's, das Spiel zwei. Cheese, I don't know the English word. You need to build a closed quarter. Everyone is putting one line, and then you need to close. You make it colored. You will see, you move with the left cursor where you put the line, and then the next player. And you have to make as many squares as possible. Exactly, you need to close the square. Du musst das Viereck schließen. Du musst ein Viereck einwandern. Irgendjemand ist noch nicht fertig. Ja, ich habe es mir dreimal durchgelesen. Wolfi ist starting. Wolfi, okay. Ja, das geht jetzt immer. Schön. Schön, jawohl. Du musst, warte mal, wait. Du musst einen Strich setzen. Und dann kommt der Nächste dran. Und das Kästchen, den Punkt kriegt der, der das Kästchen schließt. Der einmal ein Viereck mit vier... Das habe ich halt nicht verstanden. Ja, okay. Ja, keiner muss doch mal ein bisschen dazulernen. Den Strich hätte es jetzt so müssen, dass die Emma hätte zumachen können. Ich sehe, du hast es verstanden. Ja, so geht das. Schweine ist struggling. Panik. Ja. Jetzt macht er einen Fehler, Schweine. Oh, zieh den Kopf aus der Schlinge. Das war doch schön. Ach, Emma, du hast es... Hey, ihr wird nicht geholfen. Dieser war so rotzeblöd, ey. Und das war so rotzulernen. Und das war so rotzulernen. Du hast es drauf. Danke, Emma. Danke, danke. Ja, das ist noch drin für dich. Du solltest jetzt etwas tun. Irgendwas, was hilft. Doch läuft es nicht, es kann sich aber alles schnell ändern. Ein, vier, fünf. Also so langsam musst du mal eine Serie starten. Ja, ihr habt das schon gewonnen. Die Emma, die hat mir jetzt so ein Bein gestellt, die blöde Blunz. Das war's. Das war's. Das war's. Du kannst es jetzt zeigen, dass du auch noch da bist. Dieses Kästjet kann dir keiner mennen. Der Sieg ist jetzt. Oh no. You can win, if you want, if you want it, you will win. Look at Schweini's nice dood there, the hair. He got the hair nice. Look at him tut oben. Yeah, it's a bullshit. Yeah, it's right, it's tough. This option is tough. It's okay, trust me. Bis spät, liebe Kao. Oh boy. Oh my God, Team Blue is gonna win. Yeah, we will destroy you. Get it, Emma, get him. Bis spät, Quacky. Wir warten auf dich. Team Blue, Team Blue. Yeah, good job, Emma. The winner takes it all. Na, 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 na. Ha, ha, ha. Oh, Schweine geht voll auf Risiko. Krasse Typ. Ich hoffe, ihr habt immer das Fehler. Die wird nervös. Ein schöner Spiel. Alter. Du blöde Plunz, du! Kann doch nicht wahr sein, ey. Du hast einen Aussetzer gehabt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Du bist nervös. Du bist nervös. Ein guter Strich. Die Tension, die Tension. Ich habe schon so eine Ahnung, wo die immer ihren Strich hinsetzt. Ich warte nur als Trupp, wenn die Emma kommt. Ich gucke schon alles auf die Stelle, wo es ihn hinsetzt. Das hat doch was schön. die macht das absichtlich die bauten mir die langen wege irgendwie no so my fill one so my fill one you got this it's your turn brother yeah i know i'm just checking but i think you want it because the next one is no matter what you do next turn you should be able to clean it all no not all but enough to win i know what i did you win with four points more yeah with two points more oben am besten jetzt oben hey keine team absprache man die ist aber auch blöd eh scheiß emma kao mach dass du heimkommst we got this shiny das kann doch nicht wahr sein ey das kann doch nicht wahr sein die ist doch wirklich blöd wie ein schiffelstiel ey Okay. Ich sehe einen Strich und denke mir, das war bestimmt so geworden. Wenn es nach mir geht, war das ein sehr schöner Strich. Mann, 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 das gibt es doch nicht, ey. Hä? Hä? What the fuck? Ja, wo ist die? Guck dir das an. I'm a loser, baby, so why don't you tell me? Ich sehe dich in den Kasten, ich sehe dich in den Kasten. Musik. Musik. Emma, du? Musik. Das hast du doch schön gemacht. Ich habe jetzt gedacht, die Sätze sind woanders hin tatsächlich. Die alte geht mir auf den Sack, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich bin so froh, dass sie aus der Zahn hat. Sie ist nervös. Eine Meisterleistung. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, verloren. Danke, Emma. Ja. Doch, weil ihr macht jetzt den Strich unten bei den Zweier. Und dann können wir nur oben euch den Sechser geben. Das geht ja gar nicht anders. Das ist nun offiziell dein Kasten. Alter, die so bläh, die plundst du. Dafür hat sie vorher in dem Actionspiel getroffen. Ja. Meine auch manchmal. Jawohl, Jek. Das müsste euch ein Achievement geben nochmal. Best of, win and best of three, oder? Oh, nein. Ah, nein, das war's zweite. Ja, das war's zweite Runde, ja. Ja, 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 ja. So, ihr, 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 ihr erste Achievement, wirst du. No disrespect here. Oh, I haven't played that. I haven't played that. The action game I played only the ball one. That's all I played. I'll throw two of them per round. If it's in the quarter, it's a point. If it's directly at the bar, it's three points. If you hit the pole. Only the player gets points. Which one is closer to the bar? Drücke A um die Stärke und die Richtung. With A, you have direction. I haven't played that, so I really need to find out too. Oh, yeah, boy. Okay, you can go Max. Change the character. Look. Bunny, you got this. Middle. No, 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 no. Not Max. Not Max. Don't hit Max. Oh, viel zu weit. All of my point. Come on, Emma, you got this. Look at my titties, Emma. Look at my titties. Oh, no. No, no, it needs to be in the quarter. Oh, yeah. Wolfie is a bank. We can count on him. What the fuck? Look at that Sunday player. Funny machine. Oh. That's what's up, bitch. Come on, Emma, you got this. Mach kein Scheiß, Dicke. Schön. Oh. Nein. Perfect. Perfect, Emma. Hör, warum 0-0? Hör? Ich schaue mal aufs Zwischenergebnis. Leichter. Ach so. Only the player who is closer. That's why. Und das war ja unentschieden. Es hat ja keiner gewonnen. Zwei außen und zwei an der Stange. Jetzt könnte es das erste Mal Punkte geben. Psss. Pff. This is my game. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Komm, Emma. Schön. Komm, das muss doch reichen. Ah, weil der Schweini, weil der Schweini den Dreier hatte, ja. Sauerei. Thank God. Das ist ein Schweini so ein Spiel hier, sehe ich schon. Oh, look at that. The curse is broken. That was a perfect throw. Oh. Fuck. Fuck. Hahaha. Ach, komm. Ja, but yours was too good, Wolfie. We weren't able to. Yours was too good. No chance. Nice. Nice. Oh, God. What the hell? Ahh. I'm playing VMI. Ach, komm. Your stream game says bitch specials. Oh, I will check in a second. Hold on. Really? Why didn't it switch? I switched it on. Yeah, really. What the fuck? What? Bist du Narishwani? Danke schön. Gerne. Boah, seh ich ja jetzt erst. Ja, dann wird direkt vorbestellt. Ja, geil, Omato. Vielen, vielen lieben Dank. Ich denke, was ist denn jetzt los? Danke. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Your first achievement, right? I have win. Yes. Oder? Goods. Could you process? Yeah. Doch, müsstest du auch kriegen. Danke, Reggie, für mich zu wissen. Ich dachte, es hat geändert. Holt euch was zu trinken? Ich mach gerade mal den Kram hier fertig. Ich bin nicht sicher, ob es den nächsten Mal wählt. Oder ob es in einer Ordnung ist. Wir können in einer Ordnung machen. Und dann wird es dauern. Denn du kannst nicht auf jeden Fall schauen, welches Spiel du schon spielst. Ich weiß, ich habe das Gefühl. Aber Emma hat genug Intelligenz. Ja, ich sollte... Ja, ich sollte... Oh, mein Tee. Hold on, ich muss mein Tee nehmen. Ich bin ziemlich sicher, es ist kalt. Ich brauche eine Snack. Ja. Ja. Entspannung. Ja. 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 I'm back. I'm back. But I think you need to win them, I think. What did the achievement description say? Play or win? Win. But I'm keeping track of what you want. Did you write it down for yourself? That's what I missed to do. So we have the Kaste-Kaste and the Hufeisen. Genau, Hufeisen, Käse-Kätzchen und Korb. What should I do, best of three, half show, own show, full show? Let's do best of three and let's see if it's getting random choosed because I'm not sure how it's working. Yeah, Draghi could have joined if he wants to. Draghi was just in the chat. Oh, Wolfie, fresh trousers, huh? No. Same clothes again. Die laufen, als ob sie in die Hose geschissen hätten, oder? Let's see. Höhe werfen. Okay. Oh God, that's difficult. I played that once. Oh, nee, warum muss ich anfangen, ehrlich? Bitte nicht, let's start Wolfie so we can laugh. Yeah, nice. Okay. What do you have to do? You have to throw the ball into the one, the hole with the one. That was a little bit too high. Oh, come on. Oh, look at that Sunday shot. Oh, Emma. Emma. Und jetzt in the two of the two. Come, Emma. Oh, knapp. Wer war das? Schweiniere. Oh, wow. Oh, wow. He's such a beast, right? A legend in the game. Mann! Emma! Oh, come. Wait, everybody has to hit the target? Yeah. Oh, come on. What? How? You both? Hast du auch getroffen, Schweini? Nee. Ich bin nicht mehr dran. Ich hab die ganze Zeit nicht hören können. Ich hab die ganze Zeit nicht mehr dran. Ich hab die ganze Zeit nicht mehr dran. Ich hab die ganze Zeit nicht mehr dran. Die ganze Zeit nicht mehr dran. Denn ich hab die ganze Zeit nicht mehr dran. Ja, aber die Zwei, das nutzt ja nix. Mann! Komm, Emma! Ach, bist du blöd, ey! Ich meine, es hat los. Booyah! Fuck! Booyah! Fuck! Ja, zwei Würfel, ihr habt gewonnen. Vier. Das war richtig. Du hast gleich ausgeklicken. Weiter gehen. Sie füllt aus, kann aber passieren. Luft nach oben, würde ich sagen. Booyah! Oh, nice! Und verloren, oder? Ja. Fuck! Loch Zwei hat uns das Genick gebrochen. Das ist ein witziger Spiel, nicht wahr? Es ist so schwer, es hat so viel Glück involviert. Wuhu! Wuhu! Sag mal, das sind nur Action games, oder? Die ganze Zeit. Ja, ich muss ein eigenes Spiel machen, aber irgendwie, gerade jetzt, es ist gewonnen, aber wir haben nur Action games, oder? Verschwinden die Bilder. Oh Gott! Okay, you need to memorise which clothing is at which point and then it will come a message which point is chosen and you need to put your pin right on that spot whose closest will win. für die meisten Punkte. Bei Gleichstand gibt es eine Strecke. Runde 1. Anke Rosa. Gleichstand. Anke Rosa. Gleichstand. Anke Rosa. Gleichstand. Hmmm... Schwarzes white. All right. Why can't I, hey, what, between him and Emma now, before it was you and me, oh, okay. Okay. Jawohl, Emma, hau ihn weg, der Schwein. Er, er, er dingens. Ja, ich weiß nicht, ich hab's auch getroffen. Jeder hat einen Punkt gekriegt. Ich hab's auch getroffen. 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 Very good, Emma, very good. Nee, am nächsten zählt nicht, nur wer drauf ist. Was? Äh, was? Ich hab's auch getroffen. Ah, drums, drums. Oh, Wolfi! Such a beast, look at that! schön alle holen pot und ich kann wieder unten links pferd schaf pferd schaf möwe amsel holen pot heim schön immer schön spannend ach du scheiße oh boy oh god oh god kid I don't know yeah nailed it what yeah he got the point Banane, Traube, Nüsse Melone Banane, Nüsse Pferdeäpfel Apfel Kürbis Jawohl Schön Da muss man sich aber auch wirklich konzentrieren bei 5,6 ne? Das ist brutal Vor allen Dingen wenn du überlegst wie sie heißen und wenn du überlegst, was der Name ist, was der Name ist, first of all Oh, das ist nichts, Emma Oh, hat sie noch! Schön, Emma, schön! Er steht unentschieden Er steht unentschieden Wie die nächste Runde die Entscheidung Kartoffeln, wo waren die Kartoffeln? Potatoes I'm getting on now, schreibt Bill Goddammit, one point Da, 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 da There's a Sandy down links Genau Bill is getting on he just wrote I will invite him already to the party so he can can join but we finish that first of all Well, this is really fun, isn't it? I like that game Hold on, where's Bill? And they're getting more difficult there are, for example, you have the world map and need to find the right country I'm so bad at that shit Du musst auch Länder finden und so weiter Das ist echt, das sind echt schwierige Sachen dabei Komm, Carbo-Dings wieder, bitte Ach, du Scheiße, das ist übel I tested this once This is so difficult Yeah, just throw the Tomahawk This is so damn difficult because of the timing What the fuck? Boom! Go Schweini Go Schweini Go Schweini Oh, look at that pick Oh, look at that pick Ich suche mal 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 Haha, guck mal, jawoll In die Luft, ist klar Action war ja nix Action hatte so wenig Punkte gehabt, ne? Yeah Zu fest So schön die Mitte getroffen Der war so mittig Mich so gefreut eben Schlag den star, beat the star You have knowledge and action games And you play in teams of two against each other But it's completely in German Yeah, I mean, but the top players like drag and wolfie They play the German games too Schlag den star Schlag den star Beat the star Oh, der war gut Der war gut It's really fun It's really fun It's a really fun game, I think It's also a popular German TV show Oh, really? Basically, it's a game to the show Oh, my God Was die Emma wieder, klar? It wants to be a million Yeah, like something like that, yeah But more action game and It's more Emma? No, that was me Oh, woosie It's a mix between both knowledge and action games Memorize Oh, that was good Sauber, Schwani Alter, die hat, glaube ich, noch nicht einmal getroffen, oder? Doch, einmal Nice Nice Nice, woosie Yeah, right in the middle Somebody just woke up? Yes, sir What's the time? Gut, Emma Ach, das war ja gar nicht die Emma Doch, war die Emma, oder? You're on East Coast, right? No Yeah Ach, du Scheiße Schön, Emma GG, guys GG, guys Okay, let's switch over Yeah, we will definitely play more of this If you want to play too, Bill Just let me know But it's German As said, you need You need to be Understand a little bit Or like draggy Pause Google And stuff Yeah, let's skip that one But surprisingly Draggy, no shit Is really good in those German games He played the second part This is already the third one Of this series And draggy played the second one Really fast too I was so surprised That he's so good in German Also lass uns rüber wechseln, ne? 5, 5, spots 5, 5, spots 5, 5, spots Untertitelung des ZDF, 2020